so option wo ist das wo finde ich das mit dem chat ausblenden das müsste bei option und eigentlich video settings sein multiplayer settings rechts oder links teils kannst du mal kurz was im chat schreiben ok ich sehe nichts rechts oder links mitte rechts du hast blitz gekriegt eine magnum geil aber da jetzt ich muss was testen ähm äh was hast du drauf äh was ist passiert äh ja die rox komm mal mit hoch ach du bist ja oben bleibt mal da stehen ja melvin ja ich würde mich verziehen ach ich auch ich gehe auf weit entfernt hä ach jetzt gut dass ich weit entfernt bin was hast du da drauf äh soll ich dir zeigen eins nach dem anderen ja warte ich fang das ich fang hey super ich muss nur heide in die base kommen habe ich das ja dann du hast mir jetzt aber meins wieder gegeben oder ja ja gut check ah tyrox warst du schon mal unterhalb unserer base aber der mond ist hell ich glaube das sieht man auch von der erde aus hat dir ja tyrox wieder trompete gespielt oder irgendwas anderes war dafür verantwortlich ne ja naja Hü! Spille Ach immer diese Kokel heinis zu Feuerteufel Wo seid ihr? Rückdommast Der Dude steht halt immer noch da Warte 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 ich guck warte Soll ich noch mal nen Holzblock abbauen Nein Warum oh Gott ich hab Pipi in die Augen Er kommt so und jetzt kommst du mal hier in die Ecke warte und Moin Gessel Ein Schweinebäckchen ist online Ach Tyrox war schon lustig War schon lustig Wie die Base auf einmal gebrennt hat Hier komm mal her Stehen bleiben und nochmal nach unten Du musst richtig mittig drauf stellen Endlich brennt nichts mehr Hier hab ich geformt die ganze Zeit 4-5 Gut dann hier brennt immer nur was Lass es brennen Der Eloise mir das Endlichpferd Ach Gottes Willen ey Immer noch nicht Doch Hallo Hallo Ja Ich nehm den Reward weg So Ok Es dürfen jetzt alle mitwetten was ist drinnen Ein Hängergleiter Heyy Richtig Und eine Ender Query Speed Upgrade Was wir nicht brauchen Und kein Platz ist für irgendwas So Wo ist dieser einer Dings Hier Der Eloise Achso Wie viele haben wir davon So Jetzt brauchen wir die Stargate Teile Ach du Scheiße wir brauchen Enderperlen Eine Farbe für das Ene Für das brauchen wir Stargate Green Block oder wie Warte Kann ich nicht Au Für den Äh Jeffron Block Und für den Stargate Base brauchen wir ein Short Range Telepad Ach Und ein Stargate Core Crystal Und den kriegt man aus Nether Stars Poseid den Crystals und Block of Saphir Ähm Irgendwo haben wir doch Saphire Hier Zwei Wir brauchen neun Ja 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 Leute ne Bist Bescheid Ähm Ne Ja dann halt nicht Okay Ist das jetzt eigentlich fertig hier More Power Oh lol ne Oder Solar Pendel 5 Auch das Polytool ist doch einfach Teil auch spielt mit Chemikalien Weil sie ja Strom Mit Kehl Strom da? Nein unsere Baumproduktion ist Na ja Scheiße Ähm 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 Nicht würde ich heute gerne Ähm 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 Wie geht das? Oh Rubinhammer Wir haben Keinen Platz mehr Warum haben wir keinen Platz mehr? Was läuft hier falsch? So Ähm Ähm Generation Ach Ähm Wir haben im Übrigen 10 Ähm Heart of Stars ne Ja Falls du die Clan machen willst Dann kriegst du wieder dieses Ja ähm verseuchte Gelump Das versuchte Gelump raus Haben wir eigentlich Ender Perlen? 15 Stück Haben wir Da Okay Also definitiv ein paar Polytools Ja du brauchst 8 Stück 8 Stück Acht Stück mal 4 Wieso mal 4? Einfach Ach willst du die Dinger aufwerten? Nein Nein Hä 8 mal 4 Das sind 32 Aber du brauchst auch nur 8 Stück für das Solar Pendel Ja Ja Ist richtig Allerdings Nicht nur das Ich will die Stacks 32 Stacks 32 Stacks 6 Mal 100 100 Ja gut Ja gut Ja komm Technik Achso wenn du Nanocüps brauchst kannst du die Diamanten Clan machen Achso Achso Da guck Hier Machst du sie kleine Ja ja Ich geh es machen Es sind ja 1 Stack und 51 Da kommt schon gut was raus Na Eis Na Eis Okay Get Ey Cassie ist so leise Neatherstern Neatherstern Hier guck Neatherstern Ach Gott Cassie ich seh das nicht wenn du was schreibst Ja Neatherstern Der Ordner für die Aufnahme ist davor 4 Stern Das heißt Einen habe ich schon Aber Lead Lead Ähm Lead Ingot Lead Ingot Ähm Ich leg dir dort das eine Polytool rein Ja ja Ich habe jetzt alle Diamanten clean gemacht Psch Was suchst du? Ich habe mich gerade hier nur gewundert Weil es Lead Ingot Lead Ingot Lead Ingot Lead Ingot Ja das hier Ist äh Leer Und dann was ist Copper Das ist anderes Lead hier Gibt zwei Leads Ja Das sind ja mehrere Mods Oh Gott Oh Gott Mein Rücken Oh Gott Blade haben wir Ja Ach Wie lange dauert so ein Naquada Aloe Wie Äh Fünf Minuten oder länger Ja Äh 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 Block 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 Iron kannst du alles verballern. Ich nehme mir 3 Stück. Oder brauche ich das? Ike? Ja? Nichts dran machen hier. Hä? Nee, warum sollte ich? Äh, oder exakt. Ähm, Ike? Ja? Warum ist das hier? Warte. Warte, warte. Ich glaube ich habe hier was kaputt gemacht. Und wo ist das hin? Ich habe gesneakt. Hm. Das war der Fehler. Warte, äh, irgendwo haben wir welche. Ah, hast du das Zeug vorher raus geholt? Oder? Ja, ja. Ich habe das. Gut. So, ist wieder da. Äh, ich schmelze jetzt noch ein bisschen Eisen durch, wenn ich Platz hätte hier drin. oder? Stimmt ja. Och. Soll ich gar nicht. Jedes Mal sammle ich den Scheiß ein, der hier rumliegt. Äh, das heißt ja noch Sion. Gibt es nicht. So. Wie, ne? Ey, du... Ich kann nicht sagen... Ich kann nicht sagen... ... ... Du, 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 du...